Oh Gott. Okay, bleib dran, gleich bist du dran, gell? Warten wir, ich lege dich mal drum. Ist die Handwerkskunst am Ende, bringt Silikon die schnelle Wende, denken sich auch manche Frauen. Und von Silikon Valley, nun zu Valley Churchen oder so ähnlich, jetzt hier live aus dem Tal, die Open Line von uns für euch. Wer was hat zum Verkaufen oder zum Verschenken oder etwas sucht, anrufen, hier ist unsere Nummer. Today 89,0, take it louder. Open Line. Today Open Line. 7, 23, 2000. You're listening to Radio Today. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Bis zum nächsten Mal.